Kennst du die wahren Vorteile von NoFap? Weil die meisten Männer wissen es nicht. Sie stehen morgens auf und jacksen sich erstmal ein, um den Tag zu starten oder tun das, bevor sie ins Bett gehen. Bro, das ist einfach nur traurig, wenn die Leute wüssten, was sie sich dadurch entgehen lassen. Schau mal, Bro. Es gibt enorme Vorteile davon, sich nicht selbst zu befriedigen, aber bevor ich sie dir erzähle, musst du eines wissen. Es gibt immer Männer mit mangelnder Selbstkontrolle, die einfach damit klarkommen oder zufrieden damit sind. Die werden dir immer Sachen sagen wie, sich einen zu jacksen ist gesund, NoFap ist schlecht für den Körper oder verursacht Prostata-Krebs. Es wird immer Männer draußen geben, die nicht verstehen werden, warum es schlecht ist, sich selbst anzufassen. Und von diesen Männern solltest du dich definitiv nicht führen lassen, weil die haben eine sehr wichtige Sache nicht verstanden. Und darum geht es in diesem ganzen Video. Diese Männer haben ein so starkes Verlangen danach, sich selbst zu befriedigen, dass sie es sich im Kopf so stark legitimieren, dass die niemals damit aufhören müssen. Aber mit diesem Video ist Schluss damit. Aber ich sehe gerade aus wie ein Neandertaler und deswegen schneiden wir uns jetzt erstmal die Haare. Tief in dir drin weißt du ganz genau, dass dieses jacksen keine Vorteile hat. Also statt nach Gründen zu suchen, dich selber anzufassen, nenne ich dir in diesem Video vier kraftvolle Vorteile, die so mächtig sind, dass es sich nicht lohnt, sich selber anzufassen. Du wirst es nicht mehr ignorieren können. Nummer 1. Du wirst einfach wieder zu dir selbst. Viele Jungs beschreiben NoFap als etwas Magisches, als könnte man über Wasser laufen oder durch Wände schauen oder sowas. Und die Wahrheit ist eigentlich so viel simpler als das. Du findest einfach wieder zu dir selbst zurück. Frei von jeglichem Verlangen, frei von deinen Trieben, frei von der Sucht, Bro. Weil die Sucht, die Abhängigkeit, der Trieb, diese Gelüste, die entkoppeln dich von deinem höchsten Potenzial. Selbstbewusstsein, Motivation, Kreativität, Leidenschaft, viel Energie, das sind alles Sachen, die du von Natur aus schon hattest. Denk drüber nach, als du ein Kind warst, hast du nur gestrotzt vor diesen Eigenschaften. Aber je älter du wirst, desto mehr Süchte kommen dazu. Sei es Zucker, seien es erwachsenen Filme, sich selber anzufassen, vielleicht sogar andere Substanzen, die du machst. Und so verlierst du durch all diese Süchte und Abhängigkeiten nach und nach diese Eigenschaften, die ich dir gerade eben genannt habe. Du wirst weniger kreativ, du verlierst einfach an Leidenschaften, Abhängigkeiten ernähren sich von deiner Seele, Bro. Und du gibst jedes Mal, wenn du einer Sucht nachgehst, einen Teil deiner Kreativität und Leidenschaft und Motivation ab. Und das ist auch kein magischer, hokus pokus, Pseudo-Wissenschaftsmüll, Bro. Das ist ganz einfach in Studien zu belegen. Dopamin spielt hierbei eine sehr große Rolle. Du musst dir vorstellen, dein Gehirn ist wie ein Netzwerk. Wenn du aufhörst, deinen Süchten nachzugehen, dann verdrahtet sich dein Gehirn komplett neu. Und durch diese Neuvernetzung, Neuverdrahtung deines Gehirns, steigt deine Dopaminsensibilität. Deshalb würde ich die Vorteile von NoFap nicht als Superkraft bezeichnen, sondern durch die Dopaminsensibilität findest du zu deinem wahren Ich wieder zurück. Du holst dir eigentlich nur das zurück, was du durch die Sucht verloren hattest. Nimm das ernst, was ich dir sage, weil wenn du wirklich erfolgreich im Leben sein willst, Ziele hast, die du erreichen möchtest, dann kannst du kein Süchtiger sein mit gestörter Hirnchemie. Puh, ich bin jetzt wieder richtig fresh, Alter. Wow. Oh, das war auf jeden Fall ein kranker Catch, yo. Und ein kleiner Bonustipp, den ich dir geben kann. Lern dir auf jeden Fall selbst die Haare zu schneiden. Es gibt einfach kein geileres Gefühl, als richtig fresh in den Tag zu starten. Ich erzähle dir jetzt vom zweiten Vorteil davon, sich nicht selber zu befriedigen. Komm mit. Der zweite mächtige Vorteil davon, dich nicht selbst anzufassen, ist eine verbesserte Konzentration und Klarheit. Du musst dir vorstellen, dass Jackson versetzt deinen Dopaminspiegel in eine konstante Achterbahnfahrt. Verspürst du Vergnügen, schießt deinen Dopaminspiegel in die Höhe und kurz darauf kommt ein Absturz. Und genau das ist, was deine Konzentration und dein Fokus beeinträchtigt. Einige Typen werden mir widersprechen und sagen, dass das gar nicht stimmt. Viele verspüren eine Klarheit, nachdem sie ejakuliert haben. Man nennt das auch Post-Nut-Syndrom. Also diese post-ejakuläre Klarheit. Du weißt doch, wie das ist, Bro. Du hast gefallen an einem Mädchen, dann jackst du dir ein und danach denkst du dir eigentlich, war voll unnötig alles. Und ja, ich verstehe schon, dass das irgendwie eine Art von Klarheit ist. Aber der einzige Grund, warum es so aussieht, als würdest du nach dem Ejakulieren an Klarheit gewinnen, ist, weil der lüsterne Zustand dich unfähig macht, überhaupt klar zu denken. Das bedeutet, du hast dich einfach nur nicht im Griff, weil die schiere Menge an Energie dich überfordert. Und das ist eine Sache, mit der ein Mann lernen muss umzugehen. Das ist auch der Unterschied zwischen einem Jungen, der seine Gelüste, seine Triebe nicht im Griff hat, und einem Mann, der an die Sache rational rangeht und die Energie nutzt und sie transferiert in andere Sachen und sich nicht verliert in der Lust. Es ist eine Tatsache, dass die Selbstbefriedigung deine Konzentrationsfähigkeit nicht steigert. Ganz im Gegenteil sogar, du wirst dich eigentlich danach eher träge und müder fühlen. Der Grund, warum du davor das Gefühl hattest, vernebelter gewesen zu sein, ist, wie gesagt, dass du dich einfach nur nicht im Griff hast, weil die sexuelle Energie dich überfordert hat. Sexuelle Energie, genau wie jede andere Energie auch, kann produktiv oder destruktiv genutzt werden. Es liegt nur in deiner Hand, wie du mit dieser Energie umgehst. Ich persönlich kämpfe auch noch damit, diese angestaute sexuelle Energie produktiv zu nutzen, aber meistens gelingt mir das mittlerweile. Früher aber habe ich diese Energie nur destruktiv genutzt. Ich habe mich verloren in Erwachsenenfilmen, ich habe anderen Frauen hinterhergegeiert, ich habe andere Frauen angeschrieben, ich wollte mich mit vielen Frauen treffen und ich habe mir teilweise drei bis fünfmal am Tag eingejackst. Okay, so oft habe ich mich nie eingejackst. Aber ich habe mir teilweise jeden Tag eingejackst und manchmal sogar mehrmals am Tag. Und das ist definitiv eine sehr destruktive Art und Weise, mit dieser Energie umzugehen. Stau die in dir auf und nutze sie fürs Training, für Produktivität oder für geistliche Sachen. Wenn du also das nächste Mal Verlangen verspürst, dann geh unter die kalte Dusche und trainier danach. Und ich verspreche dir, danach wirst du auf jeden Fall einen erhöhten Energielevel haben und du wirst mehr Klarheit verspüren. Die meisten Männer aber werden sich in der Lust verlieren und sich wahrscheinlich selber befriedigen, weil sie nicht in der Lage sind, mit sich selbst umzugehen. Diese Männer werden gesteuert von der Lust und sind meiner Meinung nach keine Männer, sondern Jungs. Sei nicht einer von denen, mein Bruder. Bitte. Nummer 3. Erhöhte Lebensenergie. Unser Samen ist im wahrsten Sinne des Wortes Lebenselixier. Egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, 50% der Zutat, die dafür sorgt, dass du existierst, ist der Samen. Diese Flüssigkeit ist so potent, dass wenn man nicht aufpasst, Leben entsteht. Denk mal darüber nach. Und alles, was wir heutzutage machen, ist es in ein Taschentuch zu verschwenden. Das ist nicht das, wofür es gedacht ist. Das ist einfach nur traurig, dass die potenteste Flüssigkeit des Planeten einfach in ein Taschentuch verschwendet wird. Wenn du dich von deinen Träumen, deinen Zielen, deinen Aufgaben überwältigen lässt und stattdessen fäbst, dann hast du dich deiner Lust hingegeben. Du wirst dich danach immer leerer, träger und müder fühlen. Immer. Kein Mann hat durch das Jackson jemals Energie dazugewonnen. Aber viele Männer haben durch das Jackson auf jeden Fall Energie verloren und haben sich eben schlechter gefühlt. Mit weniger Energie. Warum? Woran liegt das? Das kann doch kein Zufall sein, dass so viele Männer keine Energie davon gewinnen, aber Energie verlieren. Na klar, weil du es abgibst. Es ist in deinem Körper und es könnte dir dienen. Stattdessen verschwendest du es und gibst praktisch die Energie in die Außenwelt ab. Das ist auf jeden Fall eine sehr schlechte Investition, sage ich dir ehrlich. Den Samen in dir zu behalten, gibt dir immense Vorteile im Gegensatz zu Menschen, die ihn einfach verschwenden. Also denk darüber nach, was du mit der potentesten Flüssigkeit in deinem Körper anstellst, bevor du das nächste Mal diese Seiten besuchst und es in ein Taschentuch vergeudest. Nummer 4. Disziplin. Angenommen, du stimmst keinen Vorteilen von NoFap zu. Dieser Mann, der sich nicht selbst anfasst, weiß ganz genau, wie er Versuchungen oder üretümlichen Gelüsten widerstehen kann und seinen Geist dadurch kontrolliert. Und das ist ein immenser Vorteil. Vergiss all die anderen Vorteile, die ich davor genannt habe. Von mir aus ist das Hokus Pokus für dich. Aber dieser Sache kannst du nicht widersprechen. Seine Gelüste im Griff zu haben, seinen Geist zu kontrollieren, sich nicht von seinen Trieben sagen zu lassen, diktieren zu lassen, wie man sich zu verhalten hat, ist ein immenser Vorteil allen anderen Männern gegenüber. Ich sag dir ehrlich, Bro, am Ende des Tages kannst du machen, was du willst. Aber ich bin kein Mann, der sich selbst befriedigt. Und das verschafft mir einen immensen Vorteil. Und ich würde nicht so darüber sprechen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Ich habe es an mir getestet. Ich habe verschiedene Phasen durchgemacht. Ich habe es an andere Menschen getestet und geguckt, wie auch andere Männer darauf reagieren. Und es ist immer das Gleiche. Mehr Energie, mehr Zeit, mehr Fokus, mehr Disziplin. Wenn du vor hast, im Leben noch weiter aufzusteigen, dann folg meinem Kanal, lass ein Abo da, like es, kommentiere es. Gib deine Meinung dazu, wenn du nicht der Sache zustimmst. Ich bin für Diskussionen immer offen. Vielleicht kannst auch du deine Erfahrungen damit teilen. Vielleicht hast du auch gar keine Vorteile davon gehabt. Lass es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und wenn du mehr über das Thema wissen willst, dann schreib es auch runter. Wird Zeit, unsere Grenzen zu überschreiten. Yallah. Ah ja, das war eine gute Folge. Ich freue mich auf mehr solcher Videos.